Ab Montag, 27.04. haben wir ja die Pflicht zum Tragen einer einfachen Mund-Nasen-Bedeckung. Das kann auch ein Schal oder ein Tuch sein, im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahn- und Bussteigen und im Einzelhandel. Das ist der § 3 der Corona-Verordnung, deren sechste Änderung am Montag in Kraft tritt. Fürs Rathaus werden wir uns den Regelungen im Einzelhandel anschließen. Das heißt, wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, in unsere Außenstellen und ins Rathaus nur noch mit Mund-Nasen-Maske zu kommen, ab Montag. Außerdem ist auch vereinbart, das Wetter ist ja sehr schön, dass der Polizeivollzugsdienst am Wochenende verstärkt das Versammlungsverbot im öffentlichen Raum kontrollieren wird. Außerdem auch die Abstandsregelungen in Schlangen vor Außerhausverkäufen. Sie können jetzt nachdenken, welche Außerhausverkäufe haben Schlangen. Genau, da kommen Sie jetzt alle selber drauf. Wir empfehlen übrigens auch in diesen Schlangen vor Außerhausverkäufen eine Maske zu tragen.